Musik Mein Name ist Susanne, ich bin 21 Jahre alt und komme ursprünglich aus Trier. Seit Herbst 2017 bin ich hier in Laufen beim Geigenbau Schiffler. Ich habe nach meinem Abitur 2016 ein Studium in Trier angefangen, Kunstgeschichte und Philosophie und war eigentlich seitdem immer auf der Suche nach einer Ausbildung. Also ich habe viele Praktika gemacht in Regensburg beim Thomas Goldfuß in der Werkstatt, um einfach Einblicke zu bekommen und Erfahrungen zu sammeln. Und bis zum Herbst 2017 hat es eben mit einem Ausbildungsplatz noch nicht geklappt. Und so wie der Hagen das mir erzählt hat, werde ich das jetzt auch sagen, weil er hat in den Wald hinausgerufen, hat nach einem Lehrling gesucht und ich habe mich beworben und war hier für eine Probearbeitswoche. Und es hat gut geklappt und jetzt bin ich hier und lerne Geigenbau. Ich habe mich dazu entschieden, die Ausbildung zu machen, weil mich der Klang von Instrumenten unglaublich interessiert. Ich habe schon immer gerne präzise und konzentriert gearbeitet, wusste aber noch überhaupt gar nicht, wo ich das unterbringen soll. In welchem Beruf oder ja, wo eben. Und da kam das mit dem Geigenbau, das war einfach da und dem bin ich dann immer hinterher gewesen. Und bin jetzt sehr froh, dass ich das hier eben in Laufen bei Hagen ausüben darf und er mich quasi von Grund auf handwerklich erzieht, kann man quasi sagen. Das handwerkliche Arbeiten gefällt mir schon sehr gut, gerade auch, weil man wirklich richtig was arbeitet. Allerdings ist es eine hohe Kunst, das Werkzeug zu beherrschen und da gehört ganz viel Übung dazu. Bis man das weiß, wie man das anpackt und ich habe auch jetzt schon gemerkt, dass meine Hände sich total verändert haben, sind kräftiger geworden. Ich war im Januar und Februar diesen Jahren in Mittenwald in der Berufsschule. Dort habe ich viele theoretische Einblicke bekommen. Das läuft parallel zu der Ausbildung hier im Betrieb und dient als Ergänzung, als, ja, vielleicht auch als weitere Bereicherung. Dort habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Hier in Laufen, mein neuer Wohnort, seitdem ich eben umgezogen bin. Ich wohne gleich gegenüber von der Werkstatt in einem alten Haus. Da hat mich eine sehr nette Frau aufgenommen, mit der ich jetzt zusammenwohne. Laufen an sich ist ein ganz kleiner, netter Ort. Es hat viele schöne Häuser. Das gefällt mir besonders gut. Es gibt viele bunte Häuser. Und oft meint man eigentlich, man ist irgendwo in Italien vom Baustil her. Es ist halt was ganz anderes. Da, wo ich herkomme, gibt es sowas einfach nicht. Laufen liegt an einem Fluss, der Salzach oder die Salzach. Und das ist für mich auch was ganz Neues. Es ist ja ein recht großer Fluss, finde ich, mit viel Strömung. Und dort entlang zu spazieren, das tut einfach gut. Das mache ich gern seit, ich glaube, ich bin donnerstags hier angekommen, Laufen. Und bin dann gleich in die Kirchenchorprobe. Und habe dort nach einer, habe ich vorgestellt und habe nach einer Wohnung gefragt. Und bin dann eigentlich in einem auch dort geblieben, weil ich unheimlich gern mitsingen will. Ich habe in Drea auch immer Musik gemacht. Und das war irgendwie mir ganz wichtig, dass das hier auch weiterlaufen kann. Ja, und jetzt singe ich eben im Kirchenchor mit und habe da viele nette Leute kennengelernt. Seit einiger Zeit kann ich jetzt auch in der Musik- oder in der Volkshochschule hier mit einer Musiklehrervereinigung Geigenunterricht nehmen. Ja, Laufen ist ja an sich recht klein. Es gibt nicht so viele Geschäfte, aber sie haben einen sehr schönen Weltladen, in den ich gerne reingehe und ein bisschen rumstöber. Einen guten Bäcker gibt es hier. Und eine schöne Töpferin oder mehrere schöne Töpferinnen. Natürlich ist das eine große Umstellung von meinem Freundeskreis weg und ich komme aus einer großen Familie, dann hier zu sein. Aber das passt eigentlich ganz gut zu mir jetzt im Moment und auch zu der Ausbildung. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich hier auch angekommen bin nach der ganzen Aufregung. Wir stellen ein Griffbrett für eine Bassgamme her und dieses Griffbrett bekommt besondere Verzierungen. Man nennt sie Einlagen. Dazu verwenden wir zwei verschiedene Hölzer, einmal Ebenholz und Birne. Ebenholz ist ja schwarz, also sehr dunkel und Birne hell. Dadurch soll hinterher ein interessantes Farbenspiel entstehen. Zunächst wird das Ebenholz oder Weidehölzer auf drei auf drei Millimeter zugehobelt, dass man viele kleine Streifen hält, die dann wiederum zusammengeleimt werden können. Zu einer einzigen großen Platze oder zu einer Fläche, immer abwechselnd, also hell-dunkel, hell-dunkel. Wenn diese Platze geleimt oder verleimt ist, wird sie in einem Winkel, den ich vorher anzeichne, abgesägt. Und aus dieser Platte entstehen dann wiederum diese Streifen für meine Einlagen, sodass ich dann in einem mehrere kleine Streifen bekomme mit dunkel-hell-dunkel. Wenn diese Streifen fertig sind, werden diese wiederum zu einer langen Reihe zusammengeleimt. Und links und rechts bekommt diese Leiste einen Rahmen von wiederum Ebenholz und Birne. Zuerst links und rechts Ebenholz und dann wieder Birne als Begrenzung, als abschließendes Element. Und das wird dann wiederverleimt, sodass ich dann ein ganzes Band habe. Wenn das alles fertig ist, wird eine Nut in das Griffbrett gearbeitet, wo ich dann diese Einlage einlassen kann. Und zum Schluss wird es insgesamt verputzt, sodass das eins wird mit dem Griffbrett. Und zum Schluss wird es insgesamt verputzt, sodass ich dann ein ganzes Band habe.